In einer erstaunlichen Wendung, die einer Tagesseifenoperwürdig ist, scheint es, dass Prinz Harrys jüngste virtuelle Rede mit NATO-Beamten über die Invictus Games möglicherweise von einem königlichen Drama überschattet wurde, an dem seine Frau Meghan Markle und der Online-Einzelhandelsrese Amazon beteiligt waren. Bei diesem virtuellen Auftritt plappete Harry weiter über die Invictus Games, obwohl er sich nicht die Mühe machte, persönlich an dem Treffen in New York teilzunehmen. Eine Delegation der Invictus Games war vor Ort, um ihn anzufeuern. Die nächste Runde dieser Spiele, die für den Winter 2025 in Vancouver geplant ist, wird voraussichtlich eine aufregende Angelegenheit werden, bei der rund 550 Teilnehmer aus 25 Nationen in der verschneiten Majestät des alpinen Skifahrens und Rollstuhl-Köllings gegeneinander antreten. Doch inmitten all dieser Wohlfühlstimmung zeichnete sich dank des stets dramatischen Duos Harry und Meghan eine dunkle Wolke über den Spielen ab. Es kursieren Gerüchte, dass Jeff Bezos, der Chef von Amazonen, die Finanzpraktiken rund um die Invictus Games genau unter die Lupe genommen und sich umgehend dazu entschieden habe, das Sponsoring einzustellen. Es scheint, dass eine Bitte um eine einfache finanzielle Aufschlüsselung die South Texas in Aufregung versetzte, was dazu führte, dass Bezos zum Sponsor sagte, danke, aber nein danke. Er erwartete echte Transparenz und erhielt stattdessen eine vage Antwort, wie schockierend. Man muss sich fragen, war es Meghans bekannter Geschäftssinn, der Bezos in Verlegenheit brachte, oder ließ sich Harrys Charme einfach nicht in eine schlüssige finanzielle Erklärung umsetzen? Ein Milliardär entzieht einer Wohltätigkeitsorganisation die Unterstützung, weil das königliche Paar ihm das Geld, oder zumindest ein sensibles Budget, nicht zeigen konnte. Gerüchten zufolge ist dieser Rückzug nicht nur ein persönlicher Affront gegen die Sussexes. Dies deutet auf einen erheblichen Rückgang der finanziellen Unterstützung für Veteranen hin und beweist, dass der angebliche Mangel an Transparenz der Makel reale Konsequenzen hat. Berichten zufolge wurden im Oktober 2023 der CEO und der CFO der Invictus-Organisation wegen Whistleblowing entlassen. Was haben sie enthüllt? Die atemberaubenden Geldbeträge, die Harry und Meghan beim letzten Ausflug zu den Spielen eingesteckt haben, darunter unglaubliche 250.000 US-Dollar an Auftrittsgeburen und eine Rechnung von 130.000 US-Dollar für Kleidung und Make-up. Dachten sie wirklich, sie stünden bei den Oscars auf einem roten Teppich? In der Zwischenzeit ließen sie sich eine ganze Etage eines Luxushotels in Düsseldorf gönnen und buchten Privatjets, als würden sie zu einer Preisverleihung fliegen, anstatt Veteranen zu unterstützen. Ehrlich gesagt hätte ihnen jemand sagen sollen, dass dies nicht Hollywood ist. Obwohl die Tickets für die Veranstaltung in Düsseldorf 2023 kostenlos waren, waren die Veranstaltungssorte verdächtig leer. Berichten zufolge mussten Zuschauer aus örtlichen Schulen und Kasernen mit dem Bus herbeigeholt werden, um die Plätze für Harrys Geburtstagsfeier zu besetzen. Harrys große Tag war so schlecht besucht, dass sie auch einen Schulbus mieten mussten. Eine letzte Prise Dramatik, es gibt sogar Gerüchte, dass Harry mit rechtlichen Schritten wegen Behauptungen gedroht hat, dass eine Spendenaktion für Invictus aufgrund seines und Megams Netflix-Vertrags abgesagt wurde. Während wir uns mit den Behauptungen im Zusammenhang mit Amazons angeblichem Sponsoring-Rückzug von den Invictus-Games befassen, muss ich angesichts des offensichtlichen Mangels an glaubwürdigen Beweisen, die eine so kühne Behauptung stützen, eine Augenbrau hochziehen. Auf der Webseite von Invictus-Games wird nicht erwähnt, dass Amazon jemals ein Sponsor war. Man fragt sich, ob es sich hierbei lediglich um eine Sensationsliste eine Geschichte handelt, die erfunden wurde, um ein Drama zu schüren, und nicht um ein Abbild der Realität. jumpen 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 Vielen Dank.